Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 480. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Es ist die Pokalsieger-Ausgabe Europa Cup, liebe Freunde. Hallo. Hallo. Und die Frau Patricia. Hallo. Ja, Sie hören live hierzu, wie wir versuchen, diese Geschehnisse von letzter Woche zu verarbeiten und sprechen über Europas beste Mannschaft. Gleich nachdem wir natürlich ganz klassisch, wie immer am Anfang einer jeden Folge, in unserer kleinen Housekeeping-Sektion unseren fleißigen Unterstützerinnen und Unterstützern gedankt haben. Und da haben sich diese Woche vorgedrängelt der Timo, der Alexander, der Johannes und der Jörg. Die kamen alle mit nicht gerade kleinen Sonderspenden um die Ecke. Der eine oder andere schrieb was mit von wegen Preisgeld aus Tippspielen plus irgendwie für jedes Tor noch was. Also vielen, vielen Dank an euch vier stellvertretend für alle anderen, die uns hier Woche für Woche unterstützen und dafür sorgen, dass wir hier jetzt über die Eintracht reden können und über die sensationellen Dinge, die passiert sind. Und wir uns auch in diesem Jahr wieder einen kleinen Beitrag aus der Kasse nehmen können, was glaube ich für den ein oder anderen Auswärtsfahrer und Menschen, die in letzter Woche für viel Geld kleine Flaschen Wasser gekauft haben, durchaus hilfreich sein wird. Dazu aber gleich mehr. Marvin, wie oft bist du seit letzter Woche aufgewacht und hast gedacht, das war alles nur ein Traum? Oh, das ist relativ häufig tatsächlich. Ich bin auch immer noch nicht sicher, ob dieser Realisationsprozess komplett fertig ist. Überhaupt noch gar nicht. Ich bin momentan immer noch so in so einer anderen Sphäre. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon sehe, dadurch, dass sehr viel Mediencoverage einfach da ist, dass es offenbar gestimmt haben muss, dass dann Mittwoch dieser Pokal geholt wurde. Und am Donnerstag habe ich sehr viele Menschen in Frankfurt jubeln sehen und bin davon ausgegangen, okay, das stimmt wirklich. Aber so diese letzten paar Prozent, ich habe mir das Spiel seitdem nicht nochmal angeguckt. Das muss ich nochmal machen. Irgendwie, wenn ich komplett Ruhe habe, gucke ich mir das Spiel nochmal an. Guck mal, Elfmeter-Sachen, das habe ich mir schon 5000 mal angeguckt. Der Jubel in allen Szenen und so. Keine Ahnung, Hellmann, dann im Heimspiel mir angeguckt mit Stefan Reich zusammen. Das alles verstehe ich so nach und nach, aber ich glaube, das ist trotzdem noch ein Prozess. Und ja, ein Prozess, der viel mit Glückseligkeit zusammenhängt. Ja. Patricia, wie ist es mit dir? Ja, tatsächlich ähnlich. Ich bin immer noch nicht ganz angekommen, glaube ich, in der Realität. Also es kommt immer so in Wellen. Ab und zu realisiere ich das, was passiert ist. Und dann ist das irgendwie krass. Und dann weißt du gar nicht mehr so richtig, wohin mit dir. Und die meiste Zeit ist es aber halt so komisch, weil du ganz normal jetzt deinen Alltag lebst. Also ich bin jetzt zurück in Frankfurt. Ich muss einkaufen, ich muss arbeiten, ich muss ganz normal leben, meine Wohnung putzen, Wäsche waschen. Und irgendwie fühlt sich das komisch an und es fühlt sich auch noch falsch an, weil gerade so was Großes, Monumentales passiert ist, dass ich nicht einfach normal mein Leben weiterführen kann. Und das ist gerade so der Struggle, in dem ich hänge zwischen ich realisiere das nicht ganz oder ich realisiere es, aber dann kann es nicht sein, dass ich so lebe, wie ich lebe. Ja, aber das ist genau das. Du sprichst, finde ich voll gut. Also dieser Realisationsprozess und die Tatsache, dass du jetzt gerade wieder alltäglichen Dinge machen musst, ich kann das noch gar nicht. Also jetzt kann ich es eh nicht, weil ich auch krank bin. Aber es ist tatsächlich einfach so, dass ich das Gefühl habe, jetzt wieder komplett in den Alltag zurück. Wieder normal arbeiten, seine normalen Dinge tun. Das habe ich gerade so ein bisschen verlernt, weil auch die Woche davor, wir haben ja am Dienstag auch darüber gesprochen. Es war so, dass ich komplett angespannt war, ob das drohende Ereignisse ist, was dann natürlich ein sehr, sehr positives Ereignis war. Aber du warst ja komplett in the zone und dieses in the zone bin ich tatsächlich jetzt noch, halt mit so Nachwehen, dass ich nicht weiß, wie ich wieder in den Alltag mich wieder eingliedern soll. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen, ich überlege, ich erlebe mich auch immer wieder dabei, dass ich denke so, okay, aber da muss doch jetzt noch was kommen, das kann doch jetzt noch nicht fertig sein, irgendwas fehlt doch da jetzt noch an der Stelle. Und dann erlebe ich mich allerdings auch wieder, dass ich dann einfach in so ruhigen Momenten einfach da sitze und merke, dass ich auf einmal so ein riesen fettes Grinsen im Gesicht habe. So komplett random einfach mit so einem breiten Grinsen da sitze. Also wenn mich da jemand von außen beobachtet, dann halte ich mich wahrscheinlich für den Psychopathen schlechthin, aber einfach, weil dieser Glücksmoment dann entsteht. Ja. Ganz weird. Aber ich glaube, ich bin auch ganz glücklich, dass es jetzt so, dass es jetzt zu Ende ist und die Saison zu Ende ist, weil was ich jetzt, glaube ich, noch schlimmer fände, wäre, wenn es jetzt irgendwie noch weitergehen würde, meinetwegen mit der Bundesliga oder was weiß ich was. So ein belangloses Spiel, Sonntagmittag 13.30 gegen Augsburg, irgendwie sowas. Genau, weil das wird sich irgendwie noch falscher anfühlen. Ja, das ist alles richtig. Du fühlst dich jetzt wenigstens an, okay, gut, es ist zu Ende und du hast jetzt so Zeit zu realisieren, es sacken zu lassen, dich zu freuen, zu feiern, alles nochmal anzuschauen und irgendwie damit umzugehen, bevor es dann irgendwie jetzt so langsam dann wahrscheinlich schon wieder Richtung Transfergerüchte schlittert und so weiter und so fort. Dafür bin ich übrigens auch noch nicht bereit, aber ja, all das, ich glaube, es ist ganz gut, dass das wirklich so das Ende der Saison ist und dass diese Finals wirklich auch immer nach dem letzten Bundesligaspieltag sind, weil, also das könnte ich jetzt, glaube ich, überhaupt nicht mehr handeln, wenn jetzt normal weitergespielt werden soll in irgendwelchen alltäglichen Wettbewerben. Also, ich bin sehr froh, dass da jetzt so ein Punkt dahinter ist und wir das alle genießen können. Ja, ganz klar, genau das. Also jetzt noch irgendwie Bundesliga wäre schlimm. Für mich ist es tatsächlich total geil, jetzt mit das ganze andere, auch wenn es keinen geilen Ausgängen hatte, als hier jetzt beispielsweise irgendwie Aufstieg, Abstieg, Relegation, irgendwie sich anzugucken als mehr oder minder Unbeteiligte. Also, das finde ich total angenehm. Das nächste positive Highlight habe ich dann vielleicht noch ein bisschen, wenn ich dann Champions League am Wochenende, ich glaube, das ist am Wochenende, sehe, wo es dann im Endeffekt darum geht, wer unser Gegner bald sein könnte und zwar beim Europa-Supercup. Im Supercup, ja. Ja, also das ist dann aber was Positives, wo du sagst, hey, cool, nehme ich mit, aber überhaupt nichts mehr Pflichtspielcharakter, das ist echt gut. Also, jetzt schön chillen. Ja, aber das ist dann ja so dieses Nächste, also man hat ja überhaupt noch nicht komplett, und da werden wir auch heute mit Sicherheit nicht dazu kommen, aber komplett verstanden, was das denn jetzt für Folgen hat, dieser Pokalsieg. Nächstgelegen ist, wie du gerade eben gesagt hast, am Samstagabend entscheidet sich, wer unser Gegner im Europäischen Supercup ist. Ist am Ende wahrscheinlich auch nur so ein Schönheitspreis, den man dann da gewinnen kann, aber allein zu überlegen, sagst du, okay, unsere Mannschaft, über die wir hier seit zwölf Jahren reden, ist ein Teil dessen, weil es eine der beiden besten Mannschaften in Europa ist? Ja, auf jeden Fall. What the fuck. Ja, also, das, da muss man dann auch erst nochmal so ein bisschen drauf rumkauen. Ja, es ist krank, aber es ist krank, aber das ist geil. Also, wie gerne ich mich darüber jetzt freue, dass ich mir am Samstag angucke, wer der nächste Pflichtspielgegner in einem Europäischen Cup für die Eintracht ist, gibt nichts Geileres. Und selbst wenn wir uns dann irgendwie, wenn es Klopp sein sollte, eine 05-blutige Nase holen, nehme ich mir alles gerne mit. Allein die Tatsache, dass der Grund dafür klar ist, dass die Eintracht einfach den Europacup gewonnen hat. Aber genau das ist natürlich etwas, da müssen wir natürlich noch drüber sprechen, weil, dass die Eintracht es echt geschafft hat, nachdem wir wochenlang darüber gesprochen haben, natürlich auch die Hoffnung hatten, ein bisschen gezittert haben. Aber das ist einfach, ihr habt es ja bei Fußball 2000 ganz gut versucht zu umrissen und ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass das eine gute Therapiestunde war, knapp 45 Minuten, damit man es ein bisschen besser begreifen konnte, Patricia. Ja, also es ist uns, glaube ich, auch allen schwergefallen. Also wir hatten das auch in der Folge gesagt und es war wirklich so, dass wir einfach vor der Aufnahme kaum miteinander geredet haben. Wir waren, wir saßen alle so, ja, hallo, na? Und jetzt, oh nee, ich bin noch gar nicht bereit, ich kann jetzt irgendwie noch gar nicht. Und dann haben wir uns angeschwiegen eine Zeit lang und dafür dann aber recht viel in der Folge geredet. Also das war aber, es ist ein ganz komisches Gefühl und wie gesagt, man weiß einfach nicht, wie man sich jetzt verhalten soll und wie man jetzt damit umgehen soll, weil das irgendwie, ja, irgendwas zwischen Unglaube und Euphorie und irgendwie ist man dabei auch erschöpft nach der, nach der kompletten Woche jetzt. Also das war ja auch sehr viel auf einmal und, ja, doch war, war krass alles. Ja. Ja. Lass uns mal versuchen, es ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Marvin, ihr seid Mittwoch nach Sevilla runtergeflogen. Patricia, du hast ja quasi deinen Urlaub unterbrochen für dieses Ereignis. Was ging denn so vor dem Spiel Fanfest technisch? Also die Tage vorher war es ja so, dass da mehr Rangers-Fans unterwegs waren. Wie war denn so die Stimmung vor dem Spiel? Könnt ihr euch daran überhaupt noch erinnern heute? Ja, also die Stimmung, genau, bin mittwochs gekommen. Es hat alles super geklappt. Wir sind von Jerez, also erstmal von Frankfurt nach Jerez geflogen. Von Jerez sind wir dann mit einem Auto gemietet. Das hat auch alles gut geklappt. Die Stimmung war sehr freundlich. Die Leute in Jerez, das war ein richtig kleiner Flughafen, die konnten uns aber schnell bedienen. Das hat alles super geklappt. Bei Budget oder so, glaube ich, habe ich mein Auto gemietet. Und dann sind wir ja schön zu viert. Also meine Freundin, dann Reich und Steffen und ein anderer Kollege von mir, die sind wir schön nach Sevilla dann reingefahren. Auch super geiles Wetter, Roadtrip-Wetter, irgendwie 35 Grad gefühlt. Klimaanlage, dann ein bisschen spanische Musik dann gehört. Es hat alles schon gut gepasst. Auch da sind wir eigentlich ganz gut zurande gekommen, haben dann das Auto in der Nähe vom Hauptbahnhof, den Sevilla geparkt. Schnell irgendwie was zwischendrin gegessen. Dann ging es zu dem, genau, zu diesem Fan-Fest. Und ich sage mal, so musikalisch war das, ich war echt froh, dass Chene und Abdi dann zwischenzeitlich da waren, die so ein bisschen auf ein anderes Niveau getrieben haben, positiverweise. Dann Tankert war natürlich ganz cool. Andere Sachen waren sich eher, befanden sich eher auf einem musikalisch niedrigen Niveau. Ich war sehr froh, dass Jochen Dörring, den habe ich mir gerne angehört, ein guter Comedian, der war dann auch dabei. Das war ganz cool. Aber ansonsten war es halt schon krass, weil ehrlich gesagt, habe ich zwischenzeitlich in Sevilla selbst ein paar mehr Rangers-Fans gesehen. Aber auf dem Platz, da waren dann die Frankfurter versammelt. Aber auch die haben sich erst mal in schattischen Plätzchen ein bisschen gemütlich gemacht. Patrizia, das habt ihr dann auch gesehen. Weil uns allen war ganz schön warm, ne? Es war richtig, richtig heiß. Also wir sind ja auch mit der Bahn an dem Tag angereist, also an dem Mittwoch. Und ich habe gar nicht so viel letztendlich vom Fanfest mitbekommen, weil wir erst nachmittags angekommen sind in Sevilla und dann noch vom Hauptbahnhof bis zum Fanfest gelaufen sind, was nicht besonders weit war. Ich glaube maximal zwei Kilometer oder so. Ich glaube um die zwei Kilometer, was okay war. Aber es waren halt irgendwie in der Sonne locker 40 Grad. Das war recht warm, aber irgendwie auch angenehm. Also ich habe mich schon gefreut, da so ein bisschen Sommerstimmung zu haben. Aber ja, es war letztendlich auch anstrengend, wenn du da die ganze Zeit marschierst und dann in der Sonne stehst. Aber eigentlich ging es dann auf dem Fanfest selbst, war es ja sehr, sehr schattig eigentlich. Also viele Palmen, viele Bäume, wo man sich irgendwie drunter stellen konnte. Und dann ging es eigentlich auch. Aber bei uns war es auch, wie Marvin gesagt hat, sehr, sehr viele Rangers-Fans. Also das hat schon in Madrid begonnen. Die Tage vorher, da waren auch, also Eintracht-Fans habe ich immer mal vereinzelt gesehen. Aber die Rangers waren wirklich so in Gruppen unterwegs. Im Zug nach Sevilla waren auch, also der Zug war voll mit Rangers-Fans und dann so vereinzelt Eintracht-Fans. Aber halt alles friedlich, alles nett. Also wir haben uns auch, wir hatten direkt bei uns auch Rangers-Fans sitzen und haben uns auch ein bisschen mit denen unterhalten. Und die haben sich halt genauso aufs Spiel gefreut, wie wir auch. Und ja, da hast du so ein bisschen ausgetauscht. Wer sind denn, wurde halt gefragt, wer sind eure wichtigsten Spieler? Was erwartet ihr? Wer gewinnt? Alle haben sich irgendwie darauf geeinigt, dass es wird so ein 50-50-Ding. Und ja, ansonsten, aber auch die Rangers halt sehr, sehr lautstark unterwegs vor dem Spiel, auch die ganzen Tage schon vorher. Also du hast ja eigentlich eher sehr viel von denen mitbekommen. Und dann in Sevilla selbst auch, bis man dann aufs Fanfest gegangen ist, wo man dann auch endlich so ein bisschen in einer Eintracht-Traube stand. Weil man hat sich dann doch schon immer mal so ein bisschen gefühlt, okay, aber wo sind denn jetzt alle? Weil man weiß ja, dass viele angereist sind, aber irgendwie war das sehr verteilt, hatte ich das Gefühl. Und dann war es aber auch gut zu sehen, dass sich dann da doch auch eine Masse angesammelt hat. Ja, genau, das ist es. Also was dann wirklich auch, dann bist du dann auch gelaufen. Wir sind ja dann auch, haben wir diesen Fanlandmarsch dann auch mitgemacht. Und da hast du gemerkt, okay, hier hat sich jetzt doch irgendwie ganz schön was festgesetzt. Also hier waren dann tatsächlich auch viele Frankfurter. Und man muss aber natürlich auch sagen, dass halt bei den Glasgow-Fans das halt natürlich sehr offensichtlich war, weil die halt auch so die blauen Sachen an hatten. Und es warnte halt sich aber auch einfach mehr Glasgow-Fans, glaube ich, die mitgelaufen, mitgefahren sind. Und die am Ende wahrscheinlich alle auch zum großen Teil keine Tickets hatten. Ich habe nachts, als ich zurückgefahren bin, wieder echt viele Glasgow-Fans gesehen, die irgendwo geschlafen haben in Sevilla. Wir haben wirklich einfach irgendwo, haben sich irgendwo es bequem gemacht. Das war schon was Außergewöhnliches. Aber genau, wir sind dann von dem Fanfest, wir hatten kurz noch einen Livestream für Fußball 2000 gemacht und sind dann irgendwann weitergezogen. Und dann ging es halt los, Fanmarsch. Eigentlich cool, eigentlich okay, aber was halt mit zwischendrin dann richtig genervt hat, war die Tatsache, das muss man auch, da darf man auch nicht irgendwie jetzt hier verschweigen, war die Tatsache, dass die Polizei überhaupt nicht deeskalierend gewirkt hat. Die ersten Meter oder Kilometer waren echt noch in Ordnung, aber dann haben die angefangen einzukesseln, weil es irgendwo mal Stress gegeben hat, aber in der sengenden Hitze von 40 Grad, wir konnten uns zwischenzeitlich keine Getränke holen. Leute, die irgendwie zum Shop wollten, wurden dann auch angeknüppelt und so weiter und so fort. Das war teilweise weit drüber und dann hast du halt gemerkt, was ich nicht gedacht hätte, ich habe es irgendwie vergessen, aber man wusste ja von BVB-Fans, die es schon einem gesagt haben und auch anderen Fans, dass die Sevilla-Polizei irgendwie nicht ohne ist und das haben sie an diesem Tag auch wieder gezeigt. Dieser Marsch hat unfassbar lange gedauert und das ist auch Finale, das darf man auch nicht vernachlässigen, das ist fucking Finale, wo jeder vielleicht auch einfach früh rein will. Wir wissen, es gibt eine Choreo bei der Eintracht, wir wollen noch was zu trinken holen und wir haben echt stundenlang dann vor diesem Stadion gestanden. Das war echt mega uncool und eigentlich war ich schon echt ein bisschen krummelig. Ja, kann ich verstehen. Patricia, das hast du aber auch mitbekommen, ne? Ihr wart ja dann auch noch deine ganze Zeit im Fan-Marsch dabei, ne? Ja, das hat ehrlich gesagt echt schon die Stimmung gedrückt. Also hast du gemerkt, klar hat man da irgendwie noch gesungen und versucht sich irgendwie drauf einzustellen, aber mit jedem Meter hast du so irgendwie gemerkt, jeder wird auch ein bisschen pissiger so, weil es halt komplett unnötig war. Also klar gab es wahrscheinlich vielleicht irgendwo eine Auseinandersetzung, von der hat man aber, wir waren eigentlich relativ hinten im Fan-Marsch, davon haben wir überhaupt nichts mitbekommen. Bei uns war eigentlich alles ruhig, alles friedlich, alle sind einfach nur ihren Weg gelaufen. Dazwischen waren auch vereinzelt oder auch am Straßenrand Rangers-Fans, die irgendwie, denen man viel Glück gewünscht hat, da war eigentlich auch alles ruhig. Also es war eigentlich überhaupt gar keine Bedrohungssituation da, aber die Polizei hat das halt alles irgendwie so aufgeheizt. Dann standen die da, die sind ja auch mit Pferden unterwegs gewesen. Stimmt. Und ich weiß nicht, ich fand das dann auch nicht so geil. Du wurdest halt eingekesselt, es wird immer enger und enger und auf einmal stehst du neben diesem Riesenpferd, was an sich kein Problem ist. Ich habe eigentlich nicht besonders Angst vor Pferden oder irgendwie generell, aber dieses Pferd hat auch schon, du hast es gemerkt, weil da irgendwie so viel Hektik war und drumherum alle Leute rumgewuselt sind, hat so hin und her getippelt und hatte so Schaum vor dem Mund, weil der wahrscheinlich auch seit 100 Jahren nichts mehr getrunken hat, wie wir alle in Sevilla. Keine Ahnung, also das Pferd hat so unruhig gewirkt und ich habe mich echt unwohl daneben gefühlt, weil ich mir dachte, ja okay, stell dir vor, das tritt jetzt aus und dann trifft es jemanden, das ist schon schmerzhaft, aber alle anderen versuchen dann auch wegzurennen und dann wird es da hektisch und keine Ahnung, was dann passieren kann. Also es war alles in allem sehr unangenehm, zusätzlich dazu, dass du da halt wirklich einfach random auf der Straße dann festgehalten wurdest, wirklich keine Schattenplätze hattest. Wie Marvin schon gesagt hat, wenn du zum Shop willst, wirst du weggeknüppelt, also kannst auch irgendwie keine Getränke kaufen. Wir hatten es ja dann versucht und letztendlich gab es keine alkoholfreien Getränke mehr, weil der ganze Marsch vor uns wahrscheinlich das schon leer gekauft hatte. Da hatten wir zumindest ein Bierchen, irgendwas Flüssiges, aber so zum Hydrieren ist das ja auch nicht das allerbeste. Das ist auch nicht richtig geil, ne. Ja, und das waren so die letzten Tropfen Getränke, die man da jetzt irgendwie noch ergattert hat, weil also ich habe zumindest dann im Stadion nichts mehr bekommen, dazu kommen wir ja wahrscheinlich auch noch, aber Fanmarsch war insgesamt eine frustrierende Erfahrung, muss ich sagen, und das lag eigentlich einzig und allein an dem Handling der Polizei, würde ich sagen, weil an sich war die Stimmung gut und alles ruhig. Und ja, das hat nicht besonders viel Spaß gemacht, zumal man auch nicht wusste, es hat keiner kommuniziert. Also die Polizei hat nichts gesagt, selbst wenn es auf Spanisch gewesen wäre. Du hast immer irgendjemanden dabei, der was versteht und es weitergeben kann. Aber die haben einfach geschwiegen und quasi durch uns durchgeschaut und halt nicht erklärt, was jetzt Phase ist. Und dann stehst du vor diesem Stadion und denkst dir, okay, ich hole meine Eintrittskarten jetzt raus, beziehungsweise mein Handy, wo die drauf sind, darf ich die jetzt vorzeigen? Kann ich jetzt zur Kontrolle? Und keine Ahnung, keiner sagt es dir, aber du bist schon fast am Ziel. Du siehst dieses Stadion, du siehst diese Kontrolleure, aber kannst nicht hin und keiner redet mit dir. Und ja, dann fragst du dich auch, wie lange soll man denn jetzt hier noch stehen? Weil, wie Marvin schon gesagt hat, jeder wollte rein, jeder wollte sich verpflegen und vor allen Dingen auch so ein bisschen aufsaugen, dass du jetzt in der Finalstätte angekommen bist. Also das so ein bisschen auf dich wirken lassen, bevor Antiff ist. Ja, das ist es. Und ich meine, klar, kann man immer alles sehen, wie man will, aber ich finde, das ist schon wichtig, dass wir das irgendwie noch mal klarstellen, wie problematisch denn auch diese Sache ist, weil das ist ein Finale. Wenn das jetzt irgendwie ein Dorfpokal wäre, dann könnte man noch mal drüber reden, aber Sevilla hat sich aktiv dafür ausgesprochen, dieses Finale zu hosten. Und wenn du das aktiv machst, dann musst du auch wissen, wie du eine relativ kleine Crowd, weil so groß war dieses Stadion einfach nicht, irgendwie handeln musst. Und das waren dann teilweise künstliche Verknappungen. Wir haben tatsächlich die Entrances schon gesehen und sind halt nicht reingekommen. Und das ist halt einfach ungeil. Das ist halt einfach sauschlecht gemacht. Das ist eine Provokation, ein dauerhafter Akt der Provokation, auch von der Polizei gewesen. Und was mich dann auch noch erzürnt hat, neben dem, was Patrizia vollkommen richtig erwähnt hat, dass man beispielsweise auch nichts zu trinken hatte, war dann die Tatsache, dass uns ja gesagt wurde, nehmt ein Handy mit, was voll aufgeladen ist. Ja, jetzt bist du aber mehrere Stunden in diesem Marsch. Und dann natürlich guckst du aufs Handy, machst irgendwas. Dann geht dein Handy natürlich auch ein bisschen leer. Und dann ist es ja klar, dass viele Leute einfach eine Powerbank dabei hatten. Dann ist aber hier das nächste Problem gegeben. Denn es war total oft so, dass sehr viele Powerbanks einfach weggeworfen werden mussten. Und das fand ich auch nochmal doppelt dreist. Das heißt, da sind Leute, die ja vielleicht auch einen 24-Stunden-Trip machen. Weißt du? Die morgens hinfahren, abends wieder zurück. Die gehen in kein Hotel. Die können ihr Handy gar nicht aufladen. Die haben ihre Powerbank dabei, weil das natürlich auch die Eintrittskarte ist, um reinzukommen. Später aber auch die Karte, um dann wieder in den Flieger zu kommen oder sonst irgendwas zu machen, vielleicht zu bezahlen. Und dann kann es eigentlich nicht sein, dass Powerbanks abgenommen werden. Und es wurden massiv viele Powerbanks abgenommen. Ich habe Bilder, ich habe es selber gesehen, von Wannen, wo Powerbanks drin waren. Preise, Wert, von was weiß ich wie viel. Also das war wirklich nicht cool. Das ist wirklich einfach eine absolute Frechheit gewesen. Und so geht es halt einfach nicht. Normalerweise muss da auch die Wafer irgendwie mal auf andere Gedanken kommen beziehungsweise sich mal Gedanken machen, ob das denn alles so geil ist. Denn das war der Punkt. Und dann bist du aber irgendwann reingekommen. Ja, und Patricia hat es eben schon angedeutet, dann wolltest du vielleicht endlich was trinken. Und da, Patricia, hat sich das nächste Problem ergeben. Ja, vor allem nochmal zu den Powerbanks. Bei der Eintracht stand es ja auch auf der Seite, dass die erlaubt sind. Also es stand explizit, dass Powerbanks erlaubt sind und mit ins Stadion genommen werden dürfen. Und deswegen finde ich es irgendwie noch dreister. Also nicht nur, dass das schon dreist ist, ein digitales Ticket zu verlangen und dann irgendwie keine Möglichkeiten zum Aufladen zuzulassen. Nee, auch der Verein wird sich ja informiert haben, wird nachgefragt haben und dann wird dir gesagt, nee, nee, das passt so alles. Und dann ist das ja scheinbar auch einfach Glück gewesen, wer dich kontrolliert. Weil bei mir, das war eine ganz nette Frau, also die war wirklich, im Gegensatz zu fast allen anderen Leuten, wie Polizei und so weiter, die ich da getroffen habe, war sie halt wirklich, wirklich nett und entspannt. Und sie hat auch meine Powerbank gesehen. Also klar, ich hatte eine sehr kleine, leichte, schmale, aber trotzdem Powerbank dabei. Und sie schaut die sich nur an und hat gesagt, ja, alles gut. Und dann wurde es ja nochmal kontrolliert und die zweite Dame genauso. Also ja, keine Ahnung, aber andere Leute mussten die ja wegwerfen und das war halt einfach willkürlich. Also je nachdem, bei wem du gelandet bist, musstest du dein Zeug abgeben oder eben nicht. Und das kann es halt nicht sein. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich halt auch anguckt, was heutzutage die Realität ist. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin zumindest jemand, ich habe eigentlich so gut wie nie Bargeld einstecken. Ich habe meine Karte im Handy. Ich zahle damit kontaktlos. Ich habe auch ansonsten im Regelfall alles immer irgendwie im Wallet, im Handy. Gonzo schreibt es gerade eben im Chat auch, dass viele dann ihr Flugticket auf dem Handy da hatten. Das wäre bei mir halt genauso der Fall gewesen. Eintrittskarten fürs Stadion, hat er ja gerade schon gesagt, Flugticket, Bahnticket, EC-Karte, whatever, ist im Regelfall heutzutage überall da drin und es ist eigentlich auch mittlerweile ja gang und gäbe und auch vollkommen fein, dass man irgendwie diese Dinge halt einfach dabei hat. Von daher verstehe ich das halt einfach auch nicht. Wenn du das eine voraussetzt, kannst du nicht das andere dann machen. Du musst halt Voraussetzungen schaffen und wie gesagt, ich sage es nochmal, es ist das Finale. Wenn wir jetzt hier in der Vorrunde Hostiles Environment gegen Straßburg spielen würden, die uns eh scheiße finden oder wo wir echt eh auch eine Rivalität haben, dann kann ich auch solche Sachen einigermaßen nachvollziehen. Aber im Finale, bei relativ wenigen Fans, bei der Lage, offiziell zumindest, muss eine Stadt das besser handhaben oder eine Polizei und das war nicht der Fall und wie gesagt, die Einlasskontrollen waren dann ebenfalls problematisch. Ja, das geht halt nicht und was dann das Nächste, was desaströs war, war die Tatsache, dann sind wir ins Stadion reingekommen und ich musste, ich musste dringend was trinken, weil ich war auch echt fertig und dann, ich war zwischenzeitlich, ich bin einmal reingegangen, dann habe ich gesehen, okay, hier stehen überall Leute, okay, setze ich mich erstmal auf den Platz, erstmal kurz auf den Platz gesetzt, schöner Platz, wieder gut, aber ich hätte gedacht, okay, jetzt muss ich eigentlich doch nochmal was holen, weil wir haben eigentlich noch eine Stunde, 20, ja gut, da werde ich jetzt mal was holen. dann habe ich mich bei dem einen angestellt und dann war es bei dem einen so, nach 20 Minuten, nach 10, 10, 15 Minuten war es dann so, wo dann die erste Schottin zurückkommt und sagt, ja, das kannst du vergessen, die haben hier gar nichts mehr und dann hatten die bei dem einen Stand nichts mehr und ich so, okay, krass, okay, dann muss ich mich zu dem anderen Stand stellen, wo die Schlange extrem groß ist und dann habe ich mich da angestellt und habe eine Stunde wirklich gewartet und das waren absurde Szenen, denn da waren dann Leute, die sich dann zwischenzeitlich auch vorgeträngelt haben, weil die dringend was zu trinken brauchten. Das war auch immer noch sau heiß, da waren auch Leute, die sind fast dehydriert und keine Ahnung, dann da vor mir dann irgendeiner, der dann 20 Getränke bestellt hat und da habe ich gedacht, okay, das ist schon krass, nervt jetzt auch so ein bisschen, aber das haben dann halt auch sau viele gemacht. Am Ende bin ich dann irgendwie selber, habe ich dann irgendwie noch einen kennengelernt, der irgendwie halt Fußball 2000 auch kennt und so und man hat mich dann angesprochen und dann haben wir uns irgendwie zu zweit, haben wir dann irgendwie 20 Getränke bestellt und ich habe dann, nee, warte mal, 15 Getränke bestellt, ich habe 5 genommen und 10 hat er dann genommen und dann bin ich nach irgendwie, ich konnte auch gar nicht mehr tragen, weil die Sachen waren ja alle offen, weil die Deckel mussten halt auch abgeschraubt werden und dann hatten die auch übrigens kein Wasser mehr. Die hatten einfach kein Wasser mehr. Das ist halt dann auch krass, halt so Bier und halt Softdrinks. Ich habe dann einfach irgendwelche, diese 5 Getränke dann irgendwie geschnappt und bin dann hoch und das hat dann auch für 2 Stunden gereicht, aber ich habe halt einfach eine Stunde angestellt und ich bin eigentlich 5 Minuten vor 9 auch wieder auf meinem Platz gewesen. Also ich habe so viel dann auch verpasst, aber die Sache ist halt, das kann halt auch keine professionelle Organisation für ein Finale sein. Ich muss gerade sagen, also nach allem, was man da hört, und du hattest es ja vorhin auch, angesprochen, es ist ja nicht so, dass jetzt da random irgendwas ausgelöst wurde, sondern Sevilla hat sich aktiv darauf beworben, dieses Finale dieses internationalen Wettbewerbes dort auszurichten und man weiß ja, was hat man für Wetterverhältnisse da und wann findet das Ding statt, dann muss es ja auch irgendwie mal möglich sein, da irgendwie ausreichend Getränke dahin zu stellen, zumal man ja auch sagen kann, so am Ende des Tages hat es ja dann auch was für den Ausrichter mit Gewinn und Verlust zu bedeuten, weil du hättest ja im Zweifelsfall auch einfach sagen können, so okay, das Wasser kostet halt einfach jetzt 5 Euro die Flasche, das hätte ja auch jeder bezahlt, also er hätte ja auch richtig Reibach machen können, verstehe ich halt vorne und hinten nicht. Ne, du hast, aber guck mal, ich meine, allein die Tatsache, dass kein Wasser da war, das geht einfach nicht. Also das war ja nicht nur bei uns der Fall, das habe ich ja tatsächlich auch von den edleren Logen dann auch gehört, ja, dass da selbst dort, ich meine, ich weiß eh, dass Engelbert Strauß ja sogar Premium-Sponsor war und selbst die hatten Probleme. Also ich meine, Engelbert Strauß, das muss ja mal geben, die haben, vielleicht haben die irgendwie einen dicken Werbepartner, dem die dann das Finale geschenkt haben, das hast du, da haben die plötzlich nichts zu trinken. Das geht halt einfach für niemanden. Ja, 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 gerade wie gesagt, wenn du halt, das ist auch komplett, komplett frech, dass die, ja, sorry. Gerade wenn du halt auch weißt, dass du da in einem, also du weißt ja, die Wetter vorher sagen zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher, wenn du weißt, da sind halt einfach bis zu 40 Grad und da hast du halt Leute, die halt vorher irgendwie da schon eine Stunde vorher im Stadion sind, weil, wie ihr ja gesagt habt, man will da vorher rein, man will an seinen Platz, man will das vielleicht auch alles irgendwie mitnehmen, man will sich vielleicht, ich glaube zwar nicht, dass es so Menschen gibt, aber könnte ja wirklich sein, diese komische UEFA Closing Zeremonie angucken, wo wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen können, also da muss ich doch einfach das Teuchter irgendwie bereitstellen, also das verstehe ich halt vorne und hinten nicht. Ja, auf jeden Fall. vor allem die UEFA sagt halt, hat dann gesagt, im Nachhinein auf den ganzen Wind, den sie da bekommen haben, ja, nee, also das war eigentlich abgeklärt und es war sogar mehr vorhanden, als sonst im Stadion in Sevilla vorhanden ist zu trinken und das reicht ja sonst auch immer bei anderen Spielen. Aber es tut uns leid. Und das finde ich so frech, weil ich mir denke, was ist denn das für eine backhanded Entschuldigung? Das ist irgendwie so ein, ja, ihr sauft halt zu viel oder was soll das heißen? Oder trinken die Gäste, die Fans vom FC Sevilla, wenn die ein Ligaspiel haben, trinken die nichts oder was ist da sonst der Fall? Also das kann nicht stimmen einfach. In erster Linie ist halt einfach eine freche Ausrede. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, wenn das im ganzen Stadion war, also das war ja auch bei Rangers-Fans so, man hat es auch seitens der Rangers gehört, dass die genau das gleiche Problem auf der anderen Seite des Stadions auch hatten. Bei mir war das tatsächlich der Fall, ich stand noch in der zweiten Kontrolle, da war ich auf Twitter, weil ich in der Schlange stand und nichts machen konnte. Und da habe ich schon gelesen, ja, Dings, das Wasser ist schon leer im Eintracht-Block im Unterrang. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, ich habe seit Stunden nichts getrunken in diesem scheiß Fanmarsch, außer dieses eine kleine Bier und habe jetzt eigentlich ziemlich Durst. Also ich dachte, ich gehe da jetzt rein und hole mir was zu trinken, sei es eine Cola, eine Fanta, aber am liebsten halt einfach im Wasser. Dann hieß es, nee, gibt es nicht mehr. Vielleicht hast du im Oberrang ja noch Glück, wenn du oben sitzt. Da habe ich gesagt, ja, tatsächlich sitze ich oben, schaue ich mal nach. Wir haben uns angestellt und da war es der Fall, dass die ganz vorne in der Schlange noch trinken bekommen haben. Wir standen da locker eine halbe Stunde in der Schlange und kurz bevor wir dran waren, also es waren bestimmt mal fünf, sechs Leute vor uns, machen die die Rollos zu an diesem kleinen Stand. Also die machen es, die machen einfach den Stand dicht und da hast du schon gesehen, dass alle aufgebracht sind. Die sind auch wirklich, die haben so ein bisschen gegen diese Rollos gehämmert und so. Also die Leute sind halt verzweifelt gewesen nach Trinken und ja, dann kam halt die Polizei und dann haben wir gesagt, ja okay, komm, wir gehen, es bringt jetzt nichts, hier wird es eh nur hitzig und vielleicht gibt es ja, wir haben ja da noch gedacht, da kommt Nachschub oder so. Es kann ja nicht sein, dass es einfach leer ist und dann in der Halbzeit nochmal versucht, also ich bin drin geblieben, aber es haben diverse Leute aus unserem Block es versucht, die kamen alle nach und nach wieder zurück, haben gesagt, nee, in die Richtung gibt es nichts, in die Richtung gibt es nichts und einer ist wirklich fast hinten rum bis zum Rangers gelaufen, hat da auch nichts gefunden. Es wurden wohl Leute auf der Suche nach Wasser von der Polizei weggeknüppelt, Leute, die verzweifelt nach Trinken gesucht haben, die gesagt haben, hey, hier sind Menschen dehydriert, es sind wohl einige auch umgekippt schon, wurden abtransportiert, hat scheinbar niemanden interessiert und dann haben die angefangen, sich das Wasser abzufüllen aus den Bädern und so das Chlorwasser aus der Leitung, aber damit du irgendwas hast und dann war plötzlich das Wasser abgestellt und es gab auch da, du konntest, also selbst wenn du nichts trinken wolltest, konntest du dir nicht mal, wenn du auf Toilette gehst, die Hände waschen oder so. Also komplett kranke Zustände, wenn du bedenkst, dass es ja auch noch immer noch eine Pandemie ist, also es ist ja auch nicht vorbei. Du solltest ja vielleicht Hygieneregeln, dies, das zumindest Hände waschen, konntest du auch nicht machen. Ja, und trinken halt sowieso nicht und ich habe auch überhaupt das ganze Spiel kein Trinken gehabt, auch nach dem Spiel nicht, nach dem Spiel war ja auch alles geschlossen. Long story short, ich hatte um zwei Uhr nachts mein erstes Wasser nach, keine Ahnung, 17 Uhr das letzte Mal. Holy shit, okay. Und das ist halt wirklich, wirklich frech und ich hatte halt, mind you, schon Durst, als ich in dieser scheiß Kontrollschlange stand vorm Stadion. Ja. Und dann bist du da halt die ganze Zeit ausgedurstet und du merkst, also auch nach dem Spiel an diesem Sanitäterzelt unten war eine richtig, richtig lange Schlange an Menschen, die dort davor standen. Ich weiß nicht, ob die sich dann behandeln lassen wollten, nach Trinken fragen wollten oder auf Angehörige gewartet haben, keine Ahnung, aber es hat scheinbar auch einige umgehauen und ich kann es komplett nachvollziehen, mir ging es auch nicht gut. Also ich habe Kopfschmerzen bekommen, ich hatte, ich weiß nicht, ob es von der Aufregung oder von Wassermangel war oder alles zusammen, aber mir war auch zwischenzeitlich immer mal wieder schwindelig und ich habe mich da wirklich das ganze Spiel darauf konzentriert, irgendwie nicht umzukippen und das Spiel zu genießen und das war halt echt ein bisschen frech, vor allem, weil du halt in der prallen Sonne noch standest, auch weiterhin noch, bis die dann irgendwann, ja okay, die ist ja relativ früh dann zumindest hinterm Stadion verschwunden, aber warm und stickig war es halt trotzdem noch und das war wirklich, wirklich schlimm. Gehen die Temperaturen ja nicht runter, also nach all dem, was ihr da jetzt so beschreibt, würde ich das schon unter der Kategorie oder unter dem Wort Menschen verachten fast zusammenfassen, weil wenn du da halt wirklich Leute hast. Dass das Wasser abgestellt wurde. Ja, das geht halt nicht. Also klar, es wurde danach wohl gesagt, ja Wasserrohrbruch, aber komm. Ja natürlich. Glauben sie jetzt selbst nicht. Also eine blödere Ausrede kann auch keiner einfallen, ja. Also das ist halt wirklich. Vor allem nachdem die Leute sich Wasser abgefüllt haben, wurde auf einmal das Wasser abgestellt. Genau, ja, ja. Das ist schon sehr absurd. Das ist auf jeden Fall heftig, also ich meine, das, wie gesagt, das ist auch einfach gefährlich und da muss wirklich die UEFA und das, da kann eigentlich auch diese, deswegen machen wir das hier auch in aller Ausführlichkeit an, weil das glaube ich auch nicht sein kann, dass man das dann wieder im Zuge dieses wunderbaren Ereignisses, was danach ja noch kommt, worüber wir gleich noch sprechen werden, aber man kann nicht vergessen, dass da die UEFA einfach sau schlecht gearbeitet hat, weil die sind im Endeffekt der Veranstalter und die sind verantwortlich dafür und das sind halt mehrere, aber das kann halt einfach nicht sein, du musst ein Finale, ein Finale, wo viel Geld bezahlt wird von vielen Leuten, musst du gewährleisten, dass die Grundversorgung einfach hergestellt wird und auch dazu gehört auch einfach ein funktionierendes Toilettensystem und einfach, dass du Wasser trinken kannst. Wenn Popcorn, wenn irgendein Mensch Popcorn haben will und das ist ausverkauft, dann scheiße ich drauf. Aber bei Getränken in der Hitze ist halt einfach total notwendig und das ist halt schade, weil einmal im Stadion gewesen, war es auch schön. Also als wir gesessen haben, gestanden haben, dann ist es auch ein schönes Stadion gewesen, aber man muss halt für die Rahmenbedingungen zu sagen, ne? Ja, absolut. Wie du schon gesagt hast, wenn jetzt mal eine Cola aus wäre oder ich kann jetzt halt keinen Softdrink trinken, ich kann keinen, ich glaube, Alkohol wurde so oder so nicht ausgeschenkt, aber ich kann kein Alkohol trinken, das wäre alles nicht so schlimm, aber das halt, Wasser muss ja zu jeder Zeit da sein. Ja. Und aber wie du schon gesagt hast, es war ja an sich auch schön, also auch wenn du dann da reingehst, wie gesagt, ich war im Oberrang, im Eintracht-Block, ganz, ganz oben, also wirklich schon fast die letzte Reihe ganz oben und das war sehr, sehr steil, muss ich sagen und auch irgendwie die Zugänge so ein bisschen, also sehr lange Reihen und dazwischen wenig Treppen, also du musstest dich echt immer so dran vorbeiquetschen an den Leuten, aber das sieht halt auch schon geil aus, wenn du da stehst und dann das ganze Stadion überblicken kannst. Das war schon sehr schön und ja, das soll ja auch nicht, wir haben es ja jetzt sehr, sehr ausführlich besprochen und ich will hier auch auf keinen Fall nur meckern, das klingt jetzt erst mal so, ich bin immer noch sehr, sehr dankbar, da gewesen sein zu können und das erlebt haben zu dürfen, das war wahrscheinlich eins der krassesten Erlebnisse in meinem Leben, aber das war halt wirklich auch ein Punkt, den, glaube ich, jeder Stadionbesucher mehr oder weniger das Stadionerlebnis so ein bisschen runtergezogen hat und das ist halt sehr schade in so einem Spiel am Ende, vor allem auch, wenn ich mir vorstelle, du bist ein Rangers-Fan und dann, weißt du, geht das nicht mal gut für dich aus und dann hattest du da so ein Erlebnis, dass es, ja, obwohl das eigentlich ein Fest werden sollte, aber auch danach, also wenig Leute hatten wirklich die Kraft, um ausgelassen zu feiern danach, das war ein bisschen schade, muss man sagen. Ja, stimmt, aber ich glaube vielleicht auch da ist dann so ein bisschen, können wir ja gleich noch drüber sprechen, aber so ein bisschen auch der Pokaleffekt, das war ja auch, was wir ja auch kannten, irgendwie eingetreten, aber genau, kommen wir zu dem eigentlich, was irgendwie dann vor dem Spiel dann passiert ist, also beziehungsweise dann auch fast zum Spiel selbst, aber klar, vorher unfassbar, diese Eintracht-Fans, ich liebe es, das ist nicht zu fassen, da wird auch einfach nur Choreo bis nach Sevilla transportiert und boy oh boy, was für eine wunderbare Choreo, ich war ja nicht direkt in dem Block, sondern ein bisschen weiter, hab dann dementsprechend weiße Wedelfähnchen bekommen, mit denen ich dann eine Stimmung machen konnte, alle links, rechts, neben mir haben ordentlich mitgemacht, das sah schon brutal aus, die Lautstärke, und da hab ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, okay, alles klar, es waren mehr Rangers-Fans in der Stadt, aber im Stadion, jetzt sind wir auch plötzlich wieder da, und das ging richtig rund, und spätestens da war dann für mich auch dieser, wie soll ich sagen, Getränketerror dann einigermaßen vergessen, und dann ging's rund, und dann, okay, Finale, holy shit. Also man muss schon sagen, bei dieser Choreo, ich hatte ja, da bin ich ein bisschen, ein bisschen sehr neidisch auf euch, ich hatte ja die Situation, dass ich ja aufgrund von privaten Terminen, die ich leider mehrere in dieser Woche hatte, nicht vor Ort sein konnte, sondern das im Fernsehen genießen musste, diese Choreo sah schon sehr geil aus, vor allen Dingen so im Kontrast, du hattest diese, das war ja keine Eröffnung, sondern das war ja diese Closing Ceremony für die Europa League, die dann da unten auf diesem Platz stattgefunden hat, die ich bis heute nicht verstanden habe, was dieses Gewedel mit diesen komischen Lichtstäben da sein sollte, aber dann hattest du quasi ja diesen Kontrast zwischen das, was man da unten auf diesem Rasen versucht hat, an Performance hinzulegen, und dann das, was die Eintracht an Choreo, die Eintracht-Fans da über den Block gemacht haben, und wir hätten's ja sogar fast noch geschafft, ich hab versucht, das rauszufinden, aber ich hab das leider nicht gefunden, das konnte man im Fernsehen aber sehr schön sehen, wir hätten fast die UEFA-Zeremonie auch noch kaputt gemacht dadurch, es gab nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ob ihr da drauf geachtet habt, auf dem Feld unten war ja neben diesen komischen Leuchtstäbchen-Menschen da in der Mitte, hatten sie ja auch von beiden Mannschaften diese Embleme, wo die ja so im Kreis gelaufen sind mit diesem runden Ding, und einer auf der Eintracht-Seite war so fasziniert von der großen Blockfahne, die die Eintracht-Fans da ausgerollt haben, dass er mit aufgerissenem Mund stehen geblieben ist und fast den ganzen Trupp hinter sich zum Stolpern gebracht hat. Ich hab mich voll lachend bald vom Stuhl geschmissen, es sah sehr großartig aus. Also von daher, ich hab's im Fernsehen erlebt und das sah schon sehr, sehr beachtlich aus. Ja, es ist auch ein geiles Motiv gewesen, es hat alles wunderbar gepasst und die Lautstärke der Eintracht war dann auch wieder vollends da, ja, dann ging's rund und das war halt auch für uns ein kleiner Vorteil, weil man hat gemerkt, irgendwas scheint bei den Rangers vielleicht auch nicht so hundertprozentig gelaufen zu sein, die ja auch so, natürlich grundsätzlich ja stark waren und hatten auch so ein paar starke Gesänge, aber ich muss sagen, ich hatte weniger Angst dann im Block, als ich es gehabt hätte, aber wir haben ja dann mitbekommen, okay, deren Lieferung, die sie auch hatten von Tifo, war gar nicht möglich, kam gar nicht durch, offenbar. Doch, die war da, die durfte aber nicht, also wie ich das verstanden habe und vielleicht deswegen waren sie auch durchaus sauer, stand der Transporter mit irgendwie, ich glaub 40.000 whatever Fähnchen, die sie da hatten, irgendwie mühevoll zusammengeklöppelt, stand vorm Stadion, aber das wurde dann kurzfristig untersagt. Ah ja, so war's genau, sehr gut, vielen Dank für die Klarheit Ja, weil sie da irgendwas in den Blockfahnen oder in irgendwas wären irgendwelche Bambusstangen drin gewesen und das wäre irgendwie dann der Grund gewesen. So wie ich das verstanden habe, das gab ja auch von einem Rangers-Fanclub auch eine offizielle Mitteilung und ich glaub, die wurde auch mit vom Verein unterstützt, dass man sich vorher ja sogar mit den Verantwortlichen in Sevilla wohl auseinandergesetzt hat und angemeldet und so weiter, musste ja sowieso irgendwie alles machen und dann ist es wohl daran gescheitert, dass die irgendwelche Bambusstäbe da drin hatten und das war dann der Grund, weswegen sie gesagt haben, nee, das Tor bleibt im Wagen. Okay. Da beißt ihr halt auch. Vorher die Materialien alle genehmigt worden waren, hatten die geschrieben, zumindest in ihrer Mitteilung. Also es hieß, die hatten alles normal angemeldet, wie man das so macht und auch die Materialien bekannt gegeben und das war alles genehmigt und vor Ort war das scheinbar bei den Sicherheitsbeamten und bei der Polizei dann doch ein Problem und ja, das ist auch sehr ärgerlich. Also ich bin da immer noch sprachlos, was das überhaupt alles war und also stell dir vor, du transportierst das kilometerweit von Schottland nach Spanien mit einem großen Aufwand für das Finale, für diesen einen Abend und dann wird dir vor Ort gesagt, nee, das geht jetzt doch nicht. Also einfach Wahnsinn. Ist ja nicht mal der Transport, wenn du dir überlegst, du weißt zwei Wochen vorher, ich stehe in diesem Finale. Dann gibt es Menschen in wahrscheinlich nicht mal geringer Anzahl, die sich Tag und Nacht privat, also es ist ja nicht so, dass die da irgendwie bezahlt werden, sondern die sich privat, weil sie ihren Verein unterstützen wollen, da über wahrscheinlich Stunden, Nachtschichten um die Ohren schlagen, um erstmal diese Choreo zu planen, das Zeug zu produzieren, zu gucken, wie kann ich das Zeug verpacken, wie kann ich das Zeug transportieren, dann irgendwie anderthalb, zwei Tage mit dem Transporter da runter juckeln, um dieses Zeug da irgendwie hinhaben, wahrscheinlich noch irgendwie an, weiß ich nicht, Grenzkontrollen, Zoll hast du nicht gesehen, da irgendwelche Diskussionen zu führen, um dann in der letzten möglichen Situation zu scheitern, weil du halt das falsche Material für die Stäbe in den Fahnen verwendet hast, come on, also lächerlicher geht's eigentlich auch nicht mehr am Ende des Tages. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, das ist es im Endeffekt, tut mir echt leid für die Rangers. Ja, also, für die kann man am Ende sagen, die waren mindestens, also, was heißt, andersrum, die waren nicht mindestens, die waren genauso heiß wie wir auf den Titel, die warten auch verdammt lange, die haben auch eine Historie mit vor zehn Jahren, gerade so an der, an der Insolvenz vorbei, sich dann wieder hochgearbeitet von den unteren Ligen, alles in allem kann man halt schon sagen, irgendwie dann ein bitterer Abend für die, aber dafür sind sie am Ende und da können wir ja dann gleich am Schluss, nachdem wir über das Spiel dann endlich irgendwann mal gesprochen haben, auch nochmal drüber sprechen, sind sie ja auch sehr ehrenvoll damit umgegangen und waren da, glaube ich, auch gute Verlierer an der Stelle. Auf jeden Fall, aber lass uns mal doch ein bisschen zum Spiel kommen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann gesehen habe, wie das dann auf dem Platz losging, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, Patricia, wie du das siehst und René, wie du das siehst, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass die Eintracht, die für mein Dafürhalten eigentlich deutlich überlegen war, aber zu wenig aus den Chancen gemacht hat, die sie hatten und ich muss schon sagen, ich hatte im Vorhinein, wir hatten ja auch hier am Dienstag vor einer Woche drüber gesprochen, habe ich gesagt, wenn ich Position für Position durchgehe, sehe ich die Eintracht ein Stück weit stärker und ich muss sagen, vom Spielerischen her habe ich auch genau das gesehen, natürlich haben die auch gute Spieler dabei gehabt und es gab immer wieder auch der eine oder andere, der mir dann auch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat, aber ich musste trotzdem sagen, im Grunde ist die Eintracht normalerweise ein bisschen die bessere Mannschaft gewesen, hat auch mehr Chancen auch in der ersten Halbzeit schon gehabt und trotzdem war es halt so, dass wir uns da nicht absetzen konnten, klar, Bessi ist natürlich ein absoluter Killer, meine Fresse, also da habe ich dann auch Respekt vorgehabt, ein geiler Stürmer und so weiter, ein geiler Innenverteidiger und klar, aber dann ist es halt so, dass Arribot dann diese Möglichkeit dann bekommt, das war ja der erste, können wir ja gleich noch drüber sprechen, aber es war für mich so ärgerlich, weil die Eintracht hätte eigentlich auch in der ersten Halbzeit schon irgendwie in Führung gehen können. Ja, ich fand schon, ich meine klar, da ist natürlich auch auf den Spielern auch ein großer Druck, du hast es bis dahin geschafft, du willst diesen Titel haben, ja, man hat dann auch irgendwie gesagt, so komm, das reißen wir auch heute, wir nehmen das Ding heute am Ende des Tages mit nach Hause, aber du hast halt immer einen gewissen Druck und ich bin da vollkommen bei dir, man war schon gut in der Balleroberung, man hat sich da auch, glaube ich, einen sehr offenen Schlagabtausch geliefert, aber man hat es halt am Ende nicht konsequent zu Ende gespielt, man hat dann auch sehr oft, fand ich, die falschen Entscheidungen getroffen, wo Spieler irgendwie in die Lücke reingestartet sind, wo dann der Ball nicht rechtzeitig gespielt wurde oder nochmal irgendwie auf die andere Seite und so weiter, also da hat es am Anfang so die ersten 15, 20 Minuten nicht so richtig ineinander gegriffen und dann kam ja auch A, diese Verletzung von Rode, wo du ja diese lange Behandlungspause dann hattest und dann gab es ja auch die Trinkpause, weil Spieler brauchen ja dann was zu trinken, die Fans auf dem Rang vielleicht nicht, aber die Spieler und das, finde ich, hat dann auch nochmal so ein bisschen den Rhythmus an dieser Stelle dann einfach auch immer wieder rausgenommen, also wir haben uns ein bisschen schwer getan, in dieses Spiel zu kommen und ich hatte so das Gefühl, dass die Rangers im Verlauf der ersten Halbzeit sich da besser mit abgefunden haben. Ja, ich weiß es, also ja, kann so sein, ich muss sagen, ich habe halt immer noch die Chancen im Kopf, die beispielsweise Knauf in der 20. hatte, wir haben über Diga eine Chance gesehen, da waren für mich einige Sachen dabei, wo ich sage, erste Halbzeit, ey, eigentlich sind wir besser, aber was du natürlich auch angesprochen hast, vollkommen richtig und Patricia, wie siehst du das und du das da gesehen, ich muss sagen, die rote Sache hat mich kurz echt krass frustriert, weil ich gedacht habe, scheiße, wenn der jetzt früh raus muss, aber als er dann weitergemacht hat, da habe ich schon gemerkt, okay, Alter, was bist du denn hier eigentlich für ein Baba, ey, kranker Scheiß und da habe ich auch die ganze Zeit, weil danach hat er, der hat das Spiel seines Lebens gemacht, der hat eigentlich gefühlt, war das so ein unfassbar dominanter, krasser Spieler, der dann die Kopfbälle noch gewonnen hat, der aber in den Zweikämpfen richtig war, habe ich gedacht, okay, alles klar, he is unbeatable denied, also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Patricia, aber das war schon krank. Ja, das war auf jeden Fall ein Mann des Abends, würde ich jetzt schon fast sagen, es gab ja mehrere jetzt am Ende, aber also Rode war richtig, richtig krass, also du hast auch gemerkt, das ist auch so ein Mann für die wichtigen Spiele, also ich erinnere mich immer noch an dieses Benfica-Ding, wo er dieses Tor gemacht hat und man dann weitergekommen ist, noch in der Euroleague-Saison, in einer vergangenen Euroleague-Saison, sage ich immer so, aber das war also richtig, richtig krass, ich hatte aber auch einen richtigen Schockmoment, als er da auf dem Boden lag und dann musste er behandelt werden und du wusstest irgendwie nicht so richtig, das sah schon sehr, sehr schlimm aus und ich dachte mir schon, ich, also, ich habe nicht gedacht, dass er zurückkommt und ich habe schon so mit den Gedanken gespielt, naja, gut, dann bringen wir jetzt Jakic, Jakic auch ganz gut, eigentlich auch so ein Finaltyp, so ein Krieger, das wird schon, habe mir irgendwie schon selbst Mut zugeredet und dann steht er da in der Seitenlinie und kommt wieder rein mit seinem Turban und ich dachte mir so, krass, also, der will es heute Abend wirklich und, ja, das, also, der hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, aber, ja, ich habe es auch ähnlich wie ihr gesehen, ich fand dieses, ich fand, es war so ein bisschen, dass du gemerkt hast, dass beide Seiten aufgeregt sind und dass auch beide Seiten, glaube ich, gar nicht ihr bestes Spiel gezeigt haben, was in einem Finale, glaube ich, auch selten möglich ist, so vom Fußballerischen her, da waren schon immer noch so kleine Fehler und ein paar Gedankenlosigkeiten, wo du irgendwie merkst, okay, jedem ist bewusst, was hier gerade auf dem Spiel steht, aber, ja, ich hatte auch diese, diese Chancen der Eintracht erst, wobei ich dann auch das Gefühl hatte, die Rangers hatten so eine Phase, wo, ich glaube, war das vor der Halbzeitpause oder so, die letzten Minuten, wo die echt gedrückt haben und wo du gemerkt hast, irgendwie der Eintracht, ich weiß nicht, nicht geht die Luft aus, aber die, die lassen sich da gerade so ein bisschen reindrücken und da habe ich so ein mulmiges Gefühl bekommen, also da habe ich mir gedacht, ui, also hoffentlich, hoffentlich kommen die nochmal rein, weil sowas kann dich ja auch schnell aus dem Spiel rausnehmen, komplett und dann vor allem auch ein Gegentreffer dann, also. Ja, das wäre echt bitter gewesen. Ja, das finde ich so spannend, weil ich, das ist ein Lustiges, ich weiß nicht warum, aber ich war in diesem Moment eigentlich in so einer überbordenden Selbstsicherheit, weil ich das Gefühl hatte, okay, ja, ich habe da gedacht, Arode kam rein und ich war in der Halbzeit war ich einfach sauer. Ja, ich habe gesehen, dass die jetzt ein paar Chancen hatten, aber ehrlich gesagt hat es mich nicht wirklich juckt, weil ich fand ehrlich, das war handwerklich nicht großartig gut gemacht. Natürlich bekommen die Chancen, wenn ihr Eintracht auf der einen Seite versucht, offensiv zu spielen, das ist immer so, dass dann der Gegner zu Chancen kommt, aber ich fand, wie die das ausgespielt haben, die haben teilweise die Konter sogar schlampig bearbeitet, die sind nicht schnell nachgerückt, da sind alle so Sachen gewesen, wo ich gedacht habe, okay, ist das jetzt das Maximum? Und da habe ich dann eigentlich gedacht, okay, nee, ich bin eigentlich sauer, dass die Eintracht das Ding nicht früher irgendwie für sie entschieden hat. Aber wo ich dann wirklich, wo bei mir dann der Moment, das Moment der Frustration wirklich da war, war die Tatsache, dass sie dann irgendwann das Tor gemacht haben. Und dann, als es 1 zu 0 stand, da habe ich gedacht, oh shit, Arribou, richtig geiles Ding, Linksschuss, hat natürlich, aber auch hier nur eine Schwäche ausgenutzt, die wir ihm geboten haben, weil das war dieser eine Moment, wo Tutor, der auch dann ziemlich fertig war, ausgerutscht ist und dafür uns dazu geführt hat, dass die Möglichkeit sich für Arribou bot. So, das war auch wieder ein Fehler der Eintracht, den die ausgenutzt haben und zu ihrem Tor haben werden lassen. Aber danach habe ich tatsächlich nicht hundertprozentig gedacht, dass wir nochmal zurückkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war danach durch. Ich hatte unsere Diskussion aus der Sendung davor im Kopf, wo wir ja noch drüber gesprochen haben und gesagt haben, ja, wir haben die besseren Spieler, wir haben die bessere Mannschaft, aber es wird ein enges Ding, es wird ein hartes Spiel und wir hatten da ja auch gesagt, wer als erstes das Tor schießt, der wird am Ende wahrscheinlich als Sieger vom Platz gehen. Das hatte ich in dem Moment 100 Prozent im Kopf. Es war genauso, wie du gesagt hast, dass ich mir auch gedacht habe, ey, eigentlich war das hier gerade so eine Paz-Situation, wir haben uns gegenseitig neutralisiert und wir haben dieses Tor jetzt nur gemacht, weil wir diesen Demlingsfehler da gemacht haben und für mich war in der Sekunde klar, das hatte ich auch auf Twitter geschrieben, das Ding ist hier und jetzt gelaufen. Da war ich 100 Prozent von überzeugt. Ja, Patricia, warst du da optimistischer oder hast du das eh nicht gesehen? Naja, so meinen letzten Funken Hoffnung hatte ich schon noch, glaube ich, also ich habe es nicht aufgegeben, weil natürlich, das Spiel geht weiter und du musst die ja nur ausgleichen, dann geht es in die Verlängerung und so weiter und so fort, aber das hat mich schon auch runtergezogen, also ich dachte mir so, was ist das jetzt hier für eine Scheiße, du hast irgendwie selbst Chancen gehabt, du warst teilweise, finde ich, auch überlegen und jetzt ist es so ein Ausrutscher und dann fällt das Tor und dann fand ich auch, also da wurde es auch richtig laut auf Seiten der Rangers, also so von den Fans her war es ja auch, wo wir gesagt haben, ja, krass viele, aber letztendlich, das ist halt, ich glaube, das ist einfach dieses UK-Ding, dass die einfach einen anderen Support haben und das wird in Schottland dann auch so sein, also die haben eher dieses situativ bedingte, dieses Dauergesang-Zeug, was wir in Deutschland haben, haben die halt nicht. Und von daher war es dann teilweise auch ab und zu ruhig im Block der Rangers, also überhaupt nicht so, wie man sich das bei dieser Menschenmasse vorstellt. Und da hast du dir gedacht, okay, nee, wir sind lauter, wir haben hier irgendwie die, trotzdem die Oberhand im Stadion. Und, aber als dieses Tor gefallen ist, war es bei uns still und auf der Seite war es mal richtig, richtig laut und ich dachte mir, wenn die jetzt auch noch zum Leben erweckt sind und jetzt irgendwie anfangen, hier den Support zu bringen, und die Mannschaft merkt, sie sind dran, dann kann es jetzt schon echt schwierig werden. Und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Also, ich konnte mir irgendwie in dem Moment nicht vorstellen, rauszugehen und irgendwie traurig zu sein und dann noch die ganze Nacht in Sevilla zu sitzen und zu warten, bis mein Zug morgens geht. Also, das war so ein Horrorszenario, was ich mir vorgestellt habe. Und irgendwie habe ich mich immer schon reingeredet, von wegen, das kann passieren. Aber in dem Moment wollte ich es noch nicht glauben. Ich habe mir gedacht, nee, wir machen jetzt bis zur 90. Minute nochmal alles und schauen dann auf den Spielstand. Aber das kann es nicht gewesen sein. Also, so eine Funken Hoffnung war noch da, aber ich muss schon zugeben, das hat echt runtergezogen. Aber dieser Funken Hoffnung, den hat die Eindracht ja dann auch vielleicht sich dann ja auch mit der Zeit wieder versucht zu erarbeiten. Und ich, wie gesagt, ich war ja dann, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, scheiße jetzt, so richtig frustriert und so. Und du denkst, nein. Aber das Ding ist, die Eindracht hat es ja dann weiter probiert und hat dann gedacht, okay, wie können wir das jetzt irgendwie, wie können wir das jetzt lösen? Da muss es doch jetzt irgendeine Möglichkeit geben, dass wir da, dass wir jetzt irgendwie zu einem Ausgleich so kommen. Und die Chancen waren ja danach auch noch da. Wo du denkst, holy shit, was ist denn jetzt hier das Kamada-Ding beispielsweise? Das war eine hundertprozentige. Überleg dir mal. Wo er das Ding dann drüber hebt und er leider dann aufs obere Netz fällt, meinst du? Genau, auch davor, genau, das, ich glaube, roundabout 70. Da habe ich gedacht, scheiße, das muss doch sein. Also die Eindracht hat es dann versucht. Und dann waren, und da kommen wir nämlich wieder, dieser Dauersupport, und ich glaube, das hilft der Eindracht, das hat einfach immens. Und dann war der Dauersupport wieder da. Und übrigens erst mal schöne Grüße und gute Besserung an Martin Stein, der ja runtergefallen ist, der sich irgendwie einen Schienenbeinbruch, glaube ich, zugezogen hat. Schienenbein, glaube ich, ja. Schienenbein, glaube ich, ja. Schienenbein, also der Kapo, der Eindracht-Fans, wie wichtig diese Position auch ist. Und krass, man hat wirklich gemerkt, dass er dann auch zwischenzeitlich gefehlt hat. Ich hoffe, ihm geht es, beziehungsweise ich weiß es, ihm geht es jetzt wieder in den Umständen entsprechend besser. Aber auch wie bitter, dass man auch ihn dann verliert, im Laufe dieses Spiels. Und dementsprechend vom Eintracht-Podcast hier alles Gute. Ja. Und dann waren wir aber wieder da. Und dann waren auch die Fans, haben da wieder mitgemacht. Und dann war dieses Erlösende eins zu eins, dann irgendwann halt auch, oh, endlich da, Bore, wunderbarer Rechtsschuss, Postage, so geil reingehauen. Das Ding konnte aber auch nur so fallen. Also an dem Tag war das halt wirklich Eintracht is doing Eintracht things. Erstmal das Spiel bis dahin spannend machen. Und dieser Ausgleich konnte gar nicht anders da fallen, als dass ein Kostic das Ding mit Wucht, aber trotzdem absoluter Eleganz von links halb hoch da rein. Und Bore genau in dem Moment, von dem wir es so oft gesagt haben, er ist alles andere als ein Goalgetter, dann da einfach zwischen den beiden Abwehrspielern sich durchmogelt und den Fuß da reinhält. Also es hätte gar nicht anders da fallen dürfen, glaube ich sogar fast. Nee, es war ein absolut geiles, geiles Tor. Und dann war ich, habe ich gedacht, okay, scheiße, jetzt müssen wir dieses Ding doch eigentlich in 90 Minuten irgendwie klären, weil ich will nicht in die Overtime. Ich habe keinen Bock auf die Overtime und ich will auf jeden Fall nicht ins Elfmeter schießen. Patricia, hast du auch die Befürchtung gehabt, dass es im Elfmeterschießen dann vielleicht scheitern könnte? Ich hatte in erster Linie Angst vor einer Verlängerung, auch um meinen Gesundheitszustand, muss ich sagen. Ich hatte richtig Durst, also jetzt mal ohne Spaß. Ich dachte mir so, Alter, wenn das jetzt noch länger dauert, dann komme ich da ja gar nicht mehr raus. Du denkst ja auch in dem Moment so, weil das waren sehr, sehr viele vergebliche Versuche zwischendrin, von diversen Leuten im Block noch Wasser zu holen. Du hast dich in dem Moment schon damit abgefunden, okay, Wasser gibt es erst wieder außerhalb dieses Stadions. Und dann denkst du dir so, nicht nur geht das noch in der Verlängerung, dieses Spiel, was sowieso schon emotional komplett überfordernd ist. Du musst aber auch noch hier irgendwie komplett auf dem Trockenen sitzen. Und ich dachte mir nur so, bitte, bitte nicht. Habe auch gehofft, weil die Eintracht hat ja auch gedrückt. Also wie ihr auch gesagt habt, da waren ja auch Chancen dabei. Und ich habe mir so gedacht, das muss ja jetzt irgendwie 90 Minuten klappen. Aber irgendwie hat man sich schon, je näher es dann an die 90. kam, schon so gedacht, nee, ich glaube, wir müssen hier noch eine halbe Stunde. Aber an Elfmeterschießen wollte ich gar nicht denken. Also ich hatte überhaupt keine Lust mehr, mir darüber Gedanken zu machen, weil das wirklich so das Worst-Case-Szenario, das ist so ein Elfmeterschießen immer bitter, auch wenn du das verlierst. Das ist halt immer dieses, ja, okay, es war ein Elfmeterschießen. Und auch nervlich. Also ich hätte mir vor dem Spiel nicht vorstellen können, dass ich das nervlich schaffe, in diesem Stadion zu stehen und mir ein Elfmeterschießen im Finale reinzuziehen. Also ich weiß nicht, wie wir das alle überlebt haben, weil also vorher habe ich es mir nicht zugetraut und ich hatte richtig Angst, dass es dazu kommt, muss ich sagen. Ja, das ist genau der Punkt. Und da, ich habe auch gedacht, okay, naja gut, jetzt müssen wir in die Overtime von mir aus. Und da habe ich gedacht, okay, was kann man tun? Und dann, ich habe mit allem falsch gelegen übrigens. Ich habe mit allem falsch gelegen. Ich habe nämlich gedacht, okay, in der Overtime gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass wir, weil wir ein jüngeres Team haben, weil wir ein schnelleres Team haben, dass wir aus dieser, aus dieser, aus dieser besseren Fitness mehr machen können. Und es war ja tatsächlich so, dass wir in Nuancen auch ein paar mehr Chancen hatten. Aber, dann kam ja in der 180. die absolute Bombenchance. Die hätte nämlich alles nochmal wegdrehen können. und da haben wir den Mann, der die ganzen Jahre jetzt schon gelobt wird und gerade in dieser Saison gezeigt hat, welche Weltklasse Form er einfach hat. Und da war halt Kevin Trapp zur richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und dann hat er gezeigt, dass er nicht ohne Grund für mich aktuell der Nummer 1 Torhüter in Deutschland ist. Davon auch nicht vernachlässigt. Eine absolut wichtige Rettungstar, da diesen Fuß da runter zu kriegen und überhaupt da sich runter zu bewegen. Also ich glaube, das ist halt auch so ein typisches Ding in ganz vielen Fällen. Ich glaube, Stefan Reich hatte es bei Fußball 2000 ja gesagt, wo er gesagt hat, von 1000 Dingern gehen eigentlich 999 da durch und einer wird gehalten. Das war halt genau so ein Ding. In jedem anderen Spiel rutscht der unter dem Torwart da durch, der kriegt den Fuß nicht hin. Und dann hast du halt in der letzten möglichen Sekunde dann diesen Punch abgekriegt und das wäre halt echt mega bitter gewesen. Du willst eigentlich kein Spiel in so einem Elfmeterschießen verlieren, aber am Ende durch so eine blöde Situation, wo du vielleicht einfach mal eine Sekunde nicht richtig verteidigt hast, willst du das Ding auch nicht verlieren. Also maximal. So schlimm, ey. Ich habe den schon drin gesehen irgendwie. Also das war so ein Ding, wo du dir dachtest, also der sitzt doch. Und im Nachhinein, ich habe es mir ja noch hundertmal angeschaut, auch richtig krass, wie das Trapp antizipiert hat. Also der ist ja schon mit dem Fuß da hingegangen, bevor überhaupt der Abschuss kam. Anders wäre er da wahrscheinlich auch gar nicht mehr rangekommen. Wäre er nicht hingekommen, nee. Aber einfach dieser Instinkt zu, also er wusste einfach, der Ball wird genau dahin kommen und es ist so eingetreten und das ist einfach so heftig. Und er hat ja kurz danach auch noch, oder war das danach noch, diesen oben aus der Ecke gefischt, der auch genau in den Winkel in der Hundertzwanzigsten, wo die Rangers nochmal diesen Freistoß hatten. Ja, also wobei der jetzt auch nicht, also das sah jetzt vielleicht im Stadion auch anders da aus. Im Fernsehen hast du dann schon gesehen, dass der jetzt auch nicht so hundert Prozent optimal geschossen war, also nicht so sehr mit Wucht, aber er war halt sehr präzise. Aber es war natürlich, das wäre halt auch nochmal so ein blödes Ding gewesen, wenn der dann einfach so stumpf da hinten reinfällt. Ja, aber genau das Spannende ist ja tatsächlich, dass das die Momente waren, wo er sich wahrscheinlich, wo wir uns das Herz haben stocken lassen, aber wo das die Momente waren, wo er die Sicherheit sich nochmal geholt hat, gesagt, okay, alles klar. Das waren, ich kann mir vorstellen, dass das emotionale Pusher für ihn direkt vor dem vor dem Elfmeterschießen waren. Und das Interessante ist auch, dass ich eigentlich gesagt habe, so, hey, ich habe überhaupt keinen Bock ins Elfmeterschießen zu gehen, weil ich weiß nicht, wer bei uns die Elfmeterschießen soll. Ja, das, da dachte ich so, keine Ahnung. Das war auch so mein Thema, dass ich gedacht habe, so, ey, wir haben Trapp, absolute Bank und der ist natürlich gegen McGregor einfach der bessere Torhüter. Aber wer schießt denn bitte bei uns? Weil wir hatten ja, Rode war runter zu dem Zeitpunkt, Tutor war weg, der ja eigentlich auch Elfmeter schießen kann, Hinti war nicht da, also es war halt schon so, wo ich dann auch so gedanklich durchgegangen bin, okay, welche fünf sucht er denn jetzt aus, die da schießen sollen? Ja, genau und das ist halt das Krasse, das musst du, das musst du, okay, keine Ahnung, wer soll das denn machen? Und das ist aber das Ding, ich meine, da sind Leute dann eingewechselt worden, auch in Hasebad übrigens auch eine gute Partie gespielt, ja, so ein bisschen langsamen Defizite waren dann trotzdem dabei, ich habe schon die Jubelleute gelesen, ich fand ein paar Sachen, war ein bisschen kritisch, trotzdem hat er für Sicherheit gesorgt, war wirklich auch jemand, der mit der Spielintelligenz, dieses Spiel dann auch in seine Richtung lenken konnte und dann war ja auch so jemand wie Lenz, der eingewechselt wurde, eine gute Partie dann auch gespielt hat und plötzlich, Patricia der Erste war, der das Ding rein sammelt, ne? Ja, so krass, also ich weiß noch, vor dem Elfmeterschießen, da waren ja diese zwei Saves von Trapp, da habe ich noch gesagt, sehr, sehr selbstsicher, Trapp gewinnt uns das Ding, weil es hat nicht nur Trapp diesen Push gegeben, ich hatte das Gefühl, mir hat das auch einen Push gegeben, dass er diese, kurz bevor ich, also ich habe es schon zu Ende gehen sehen und dann holt der diese Dinger raus und ich dachte mir, der ist heute so on fire, der holt uns das Ding, ich habe das sehr selbstsicher gesagt, so selbstsicher war ich dann während des Elfmeterschießens nicht, muss ich sagen und dann, ja genau, gucke ich so, wer geht hin und dann sehe ich, Lenz schießt als erstes, was ich gar nicht erwartet hätte, ganz ehrlich. Nee, ich auch nicht. Ich hätte ihn vielleicht gar nicht auf einen Zettel gehabt als Schütze überhaupt und dann auch nicht als Ersten, aber er hat ja wohl bei Instagram jetzt ein Q&A gemacht in seiner Story und da haben Leute auch gefragt, wie kam es, dass du schießt, wie kam es, dass du als Erster schießt, ne? Und er meinte, er wollte unbedingt schießen, er hat schon die ganze Woche Elfmeter geübt vorher und er hatte richtig, richtig Bock zu schießen, hat sich auch gemeldet und hat gesagt, er will auf jeden Fall den Ersten oder den Letzten, also den Fünften schießen und dann war es wohl so, dass Boree aber unbedingt den Fünften schießen wollte und er dann gesagt hat, okay, dann macht er den Ersten und das finde ich so krass, also du musst ja echt Nerven aus Stahl haben, da hinzugehen und dich hinzustellen und zu sagen, ich will das unbedingt schießen, weil ich glaube, also ich hätte mir sowas von in die Hose gemacht, ich hätte gesagt, ja, also es kann gern auch jemand anders machen, wenn es geht, weil also wahnsinnig, ey, und wie der den da noch reinrotzt und dann noch der Jubel dahinter, also das war schon sehr, also ich hatte ja schon, so den ersten Moment hatte ich ja schon, als es hier zum Münzwurf kam und klar war, wir schießen auf die Rangers-Kurve und die Rangers haben den ersten Schuss, da habe ich schon gedacht, also so psychologisch schlechter geht eigentlich nicht. Das war schon der Moment, wo ich gedacht habe, so fuck. Und dann Lenz, wobei, wie gesagt, wen hättest er denn sonst noch irgendwie gehabt, der dann noch an der Stelle irgendwie hätte schießen können, also so viel Auswahl hätt es ja dann vielleicht auch nicht mehr gegeben. Ja, aber das Ding ist ja, dass er wollte und das finde ich halt so krass, weißt du, das ist nicht so, okay, krass halt so. Womit du ja eigentlich auch komplett die Richtung für alles andere vorgibst, wenn du das Ding irgendwie zu Lasch schießt oder einfach übers Tor schießt oder irgendwas. Du ziehst ja alle anderen damit runter, aber das Ding einfach mit dieser Sicherheit da rein und dann diese Geste in Richtung der Rangers-Kurve, so nach dem Motto, jubelt man noch nicht so schnell. Boy oh boy. Ja, das ist halt, wie du sagst, krass, dass auf deren Tor geschossen werden musste und da haben ja die Rangers-Fans dann auch wieder ordentlich Stimmung gemacht. Und dann haben wir gedacht, scheiße, okay, das kann jetzt alles in die falsche Richtung gehen und nein, es hat alles geklappt. Nerven aus Stahl war unfassbar, was die dann reingesammelt haben und dann Raphael Bore und wichtig aber halt auch und das passt auch wieder dazu. Ich habe dann schon gesehen, wen die dann auch spät eingewechselt haben und die haben unter anderem ja auch Aaron Ramsey relativ spät eingewechselt, wo ich gedacht habe, okay, das ist eine klare Einwechslung, die eigentlich nur dafür da ist, dass die Elfmeter schießen, weil Elfmeter schießen kann er und so. Und das Geile ist, ich habe gesagt, der schießt auf jeden Fall und der trifft. Ja, das war der Einzige, der verschossen hat. Das ist so geil. Da alle anderen haben wunderbare Elfmeter geschossen von der Eintracht, aber auch James Tavani hat einen geilen Elfmeter geschossen. Die haben alle richtig gut gescored. Da habe ich wirklich auch Respekt davor. Das war wirklich nur Elfmeterschießen auf höchstem Niveau. Aber Aaron Ramsey, kleine Wackeler drin gehabt, Kevin Trappelt und dann danach direkt Philipp Kostic, bam, eingeloggt. Der war aber auch haarscharf. Also das Ding da flach unten ins Eck. McGregor war eigentlich auch dran. Kannst ja auch froh sein, dass der eine halbe Sekunde zu spät wahrscheinlich in die Ecke gesprungen ist, sonst hätte er auch einfach stumpfter vorgelegen. Aber auch Trapp, der ja gesagt hat, im Nachhinein, er hatte ja diesen Zettel auf der Flasche, so was sind so die die Stellen, wo diese Schützen wahrscheinlich am meisten irgendwie hinschießen oder wo sie in der Vergangenheit am häufigsten hingeschossen haben, wo er dann ja auch im Nachhinein gesagt hat, okay, bei den ersten beiden habe ich noch drauf geguckt und danach habe ich festgestellt, es bringt mir eigentlich nichts, ich höre jetzt einfach komplett auf mein Gefühl. Also auch da wieder auf den Punkt, dass er sich bei den zwei Aktionen vorher einfach auch das Selbstvertrauen wahrscheinlich gut dann gemerkt hat, okay, ich weiß, was ich tue, ich höre jetzt einfach nur auf mich. Ja, und das hat im Endeffekt funktioniert. Und dann am Ende Raphael Borré, das muss man sich auch mal geben, was der, du sagst ja immer wieder, in den Winkel, in der Fresse. Ja, kann sagen, was du willst, es ist eine brutale Saison, der Junge gespielt und dann am Ende nochmal so wichtig, ist halt auch krass, der hat im Endeffekt hat zur richtigen Zeit, so spätestens ab der Rückserie, ist er Europacup-mäßig nochmal komplett, ich meine, der hat alle wichtigen Tore geschossen, der war in Barcelona unfassbar wichtig, der hat einen wichtigen Assist gegeben, auswärts, gegen West Ham, der war zu Hause derjenige, der getroffen hat und dann im Finale derjenige, der getroffen hat, unfassbar richtig geil, ja und dann, die Glückseligkeit kannte kein Ende. Ja und vielleicht noch kurz zu dem Thema Bore, du musst halt auch bedenken, der Junge spielt jetzt irgendwie die zweite Saison komplett durch, der hatte keine, keine Sommerpause, nichts, weil er da mit der Nationalelf und irgendwie unterwegs war, in sämtlichen Länderspielpausen war er dann da irgendwo in Südamerika, hast du nicht gesehen, unterwegs, also der spielt seit zwei Spielzeiten einfach komplett durch und liefert dann auch in diesem Finalspiel bis hin zum finalen Elfmeter so dermaßen ab, ganz großen Respekt. So ist es, so ist es. Und dann, wie du gesagt hast, es gab kein Halten mehr und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja und also alles, ich meine, Patricia, wir haben uns dann getroffen und wir waren alle glückselig, aber gleichzeitig auch echt fertig. Ja. Wir waren danach auch echt K.O. und das ist dann so ähnlich wie beim DFB-Pokalfinale gewesen. Ich habe beim DFB-Pokalfinale noch ein paar getrunken, aber auch nicht wirklich mehr richtig krass gefeiert und dann abends, wir haben, weißt du, man hat dann noch Leute gesehen, noch ein bisschen abgecheckt, noch ein bisschen drüber gesprochen, aber das ist surreal und das können wir auch jetzt noch einfach nicht, das können wir jetzt noch gar nicht, glaube ich, richtig verarbeiten. Ja, ich glaube, das dauert einfach noch und das dauert eine ganze Weile, aber dass wir das überhaupt erleben durften, das ist nicht selbstverständlich. und dass wir den fucking UEFA Cup wirklich geholt haben, dieses wunderschöne Teil. Ja, und dann, keine Ahnung, dann nachts heimgefahren, nach Jerez und morgens dann wieder geflogen und dann schon in Frankfurt gewesen und dann diese, ich meine, es hat ja geschüttet teilweise, es hat geregnet, es hat geblitzt, gedonnert zwischenzeitlich, bis die Eintracht dann wirklich in Frankfurt ankam. Leute haben im Regen gestanden und haben gedacht, okay, was ist hier los, ist alles scheißegal gewesen, weil Frankfurt wollte seine Sieger sehen und dann war es da für ein Fest abgebrannt wurde, unfassbar. Ja, das ist Wahnsinn, dass das dann, glaube ich, so wirklich die Party danach war, weil, wie du schon gesagt hast, an dem Abend, das war, glaube ich, eine Mischung aus diesem Pokal-Blues, den du danach hast, wo du gar nicht glauben kannst, dass du gewonnen hast, wo du fix und fertig bist, nach all den Monaten schon fast durch dieses ganze Turnier, was du alles erlebt hast und irgendwie zieht das alles nochmal so in Gedanken an dir vorbei und du versuchst zu greifen, dass du es jetzt wirklich geschafft hast und dass wirklich das Ende, worauf du gehofft hast, eingetreten ist und es war wirklich so, also es war schon fast andächtig, alle sind irgendwie recht ruhig aus diesem Stadion rausgelaufen, okay, ich glaube, sehr, sehr viele hatten auch Durst und waren eigentlich einfach nur auf der Suche nach irgendwas zu trinken, aber ab und zu irgendein Typ neben mir hat auf seinem Handy die Champions-League-Hymne angemacht, die hat dann so ein bisschen durch die Straßen geschallt, aber ansonsten, dann haben irgendwie alle nur so den Kopf geglaubt, also du hast es gar nicht geglaubt, alle haben den Kopf geschüttelt, alle waren irgendwie, was passiert hier, aber sind irgendwie auch sehr zufrieden und ruhig dann irgendwie Richtung, ja, Bahnhof, Fanfest, wo auch immer alle hinwollten, gegangen und was ich aber ganz, ganz groß fand, waren auch die Rangers-Fans danach, also uns kamen ja auch einige entgegen und die waren allesamt richtig gute Verlierer, also ich finde das so krass, dass du in dem Moment, du hast verloren dieses große Finale, du bist enttäuscht, du bist am Boden zerstört und die hat die Größe wirklich uns zu beglückwünschen, man hat sich gegenseitig applaudiert auf den Gehwegen, wenn man sich entgegenkam und das war schon sehr, sehr schön und ein sehr würdiges Finale und ich glaube, ich hätte mir keinen besseren Finalgegner wünschen können, weil das war wirklich also ganz groß von vorne bis hinten, also auch schon vor dem Spiel, aber vor allem dann nach dem Spiel zeigt sich ja die Größe, wenn du enttäuscht bist, wenn du vielleicht auch sauer bist, dass es nicht geklappt hat und dir dann glückliche Fans der anderen Mannschaft entgegenkommen, wie du dich dann verhältst, zeigt ja wirklich, was du für einen Sportgeist hast und das war sehr groß, also es hat mich schon auch echt gerührt. Ja, sehr gut zusammengefasst, ich finde es so wichtig, dass du das nochmal herausgearbeitet hast, weil das war so cool, also ich bin dann zwischenzeitlich mit so einem Leihfahrrad zu meinem Parkplatz gefahren und wusste dann auch nicht genau wohin, aber das Navi hat dann funktioniert und dann bin ich da lang und da waren so viele Rangers Fans, die überall alles saufreundlich waren, also das ist echt, das ist echt eine richtig coole Qualität und ich hätte es den auch, wäre es nicht gegen uns gegangen, hätte ich den sehr gegönnt, ja und ich wäre auch weniger drama, es wäre jetzt natürlich mega traurig gewesen, die hätten das nicht geschafft, aber den Fans kann man es gönnen und diesem Verein und zum Glück haben die dann wirklich am Samstag dann auch nochmal einen Pokal gewonnen, haben dann einen schottischen Pokal gewonnen, da habe ich mich dann auch gefreut, also gehen sie auch mit dem Pokal aus der Saison, insofern auch Riesenrespekt von der Eintracht, die das mega cool gemacht haben und auch, ja, dieses Schreiben auch in der britischen Zeitung dann auch annonciert haben, wo sie sich bedankt haben für diese tolle, ja, Zusammenarbeit kann man fast sagen mit den Rangers und haben ihnen alles das Beste gewünscht, dass sie jetzt einen Pokal holen, was ja dann auch geklappt hat, also das war wirklich zwischen den Mannschaften und zwischen den Fans war das ein gegenseitig großer Respekt und das fand ich absolut herausragend, ja, und jetzt gehen wir so ein bisschen in die Zeit der Verarbeitung und überlegen uns, scheiße, wir sind Europapokalsieger, Europacup-Sieger, unfassbar. Ich glaube, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Zeit, um das alles irgendwie sacken zu lassen, mal wieder ein bisschen Energie in die Körper zu bringen und sich dann Gedanken zu machen, was das jetzt alles bedeutet, das hat ja verschiedenste Implikationen, sei es jetzt einmal finanziell, dass wir nach zwei Jahren Corona, wo ja einfach auch große Lücken in den Kassen entstanden sind, die wir da ein Stück weit auffüllen können, natürlich dann auch für die nächste Saison planen müssen, was das dann jetzt auch spielerisch bedeutet. Wir als Podcast müssen auch überlegen, was das für uns bedeutet, weil wir haben natürlich jetzt ein ganz großes Problem, wir können dienstags nicht mehr aufnehmen, da findet Champions League ja, du hast vollkommen recht, das hast du dazu geschrieben, ne? Ja, wir haben ein Problem, wir müssen von anders aufnehmen. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber First World Problems, ich habe heute Morgen erstmal da gesessen und habe erstmal überlegt, weil ich ja eigentlich vor hatte, mein Datsen-Abo zu kündigen, wo ich gedacht habe, nein, ich kann das nicht kündigen, da laufen ein Großteil der Champions League-Spiele. Crazy, ey. Ich glaube, da müssen wir uns echt umstrukturieren. Gonzo schreibt es gerade in den Chat, Luxusprobleme, ja, es sind absolute Luxusprobleme, aber das hilft einem ja auch in der Verarbeitung. Hallo? Das sind absolute Luxusprobleme, aber es ist ja irgendwie auch cool, dass man darüber nachdenken kann. Wie gesagt, für die Champions League, ich denke da schon mal mittlerweile drüber nach, aber ey, überlegt euch mal, dieser Europa Cup, dass der ehemalige UEFA Cup, diese wunderschöne Titel, das ist tatsächlich etwas, was ich als Kind, dass ich, mein erstes Spiel habe ich nicht in der Champions League gesehen, sondern im Europa Cup. Mein erstes Spiel, das war glaube ich, irgendwie habe ich mit meinem Vater und meinem Opa zusammen geguckt, öffentlich-rechtliche und das war ein Spiel, wo der HSV im Europa Cup unterwegs war. Und da habe ich gedacht, geil, wie cool das ist, andere Mannschaften, international, ich war ja, ich habe ja Geografie irgendwie auch dadurch gelernt, dass ich mitbekommen habe, was die Mannschaften in anderen Ländern waren und die Vereine in anderen Ländern. So habe ich Geografie lernen und lieben gelernt und dann war es dann irgendwie dann so, wie kommst du dahin und du kommst mit dem Europa Cup dahin und wenn ich überlege, dass das erste Europa Cup Spiel, was ich live dann auch gesehen habe, war das gegen Bröndby, wo wir dann, wo Turk so abgeliefert hat, weil das war ja mein erstes Europa Cup Spiel, was ich wirklich mitbekommen habe davor, war mal der UE Cup gegen Vorwärts Steyr, das habe ich auch schon so ein bisschen gefeiert, aber wo ich dann im Stadion war, war dann gegen 2006, glaube ich, war das dann gegen Bröndby und wo dann auch Wasowski gespielt hat und so weiter und so fort und dann die erste Auswärtsfahrten, die man dann irgendwie ein paar Jahre später dann mitgemacht hat und du wächst dann in diesen Pokal rein und dann hast du ja auch dieses ganze, diese ganze Route to 2022 und dann auch alles mitgenommen international, was dann irgendwie möglich war. Ich erinnere mich an tolle Fahrten in Wadduz, keine Ahnung, dass wir irgendwie, dass wir irgendwie ins Baltikum gefahren sind und solche Sachen und dass wir dadurch, all das haben wir gemacht, um diesen Pokal zu holen und der ist jetzt hier. Das ist unfassbar. Das ist nicht greifbar. Das ist wirklich für einen Verein, der nicht Bayern München ist, ist halt ein Europacup in Deutschland, was fast unerreichbares und das ist halt einfach mega geil und die Eintracht ist halt mittlerweile echt auch ein Verein, der sich international nicht nur durch eine super Stimmung, durch eine Motivationslastigkeit in diesem Pokal ausgezeichnet hat, sondern jetzt auch durch einen Pokal. Das ist krass. Wir armen uns für die Mühen, die wir, die die Mannschaft, die die Fans, die diese komplette, diese komplette Gemeinschaft, die da existiert, seit Jahren auf sich nimmt nach Pokal, DFB-Pokal, UEFA Europa League, 18, 19 und alles hat sich endlich da selbst belohnt, damit diesen Pokal jetzt da zu haben, wo er hingehört, nämlich bei uns. Großartig und ich glaube, das wird noch, wie ich gerade eben schon gesagt habe, eine ganze Zeit lang brauchen, bis wir das vollendst verarbeitet haben und wahrscheinlich bis dahin noch irgendwie 543 Mal die Tore angucken, das Elfmeterschießen. Ich werde noch bestimmt 15 Mal zusammenzucken bei dem Schuss von Kamada, weil ich immer noch Angst habe, dass er nicht reingeht, aber auch das gehört dazu. Sehr gut. Aber liebe Leute, wenn ihr uns jetzt hier schon die ganze Zeit zuhört, schreibt ihr doch beziehungsweise schickt uns mal Audios, wie ihr das Ganze so erlebt habt, wie es euch geht und wie ihr die Saison jetzt auch bewerten würdet, weil ich sage, ich bin mal ganz frech und sage es mal vorher, zu so einer Saisonbewertung, da kommen wir diese Woche nicht dazu. Da kommen wir diese Woche nicht dazu und da kommen wir auch nächste Woche nicht dazu, aber fest steht, wir müssen diese Saison mal in Gänze uns vornehmen, betrachten und dann langsam auch irgendwann mal so diesen Blick nach außen tragen, wie Marvin es gerade eben richtig gesagt hat. Uns würde dafür einfach interessieren, wie seht ihr diese Saison, was hat der Pokalsieg mit euch gemacht? Lasst uns an eurer Meinung, an euren Gefühlen, an euren Erlebnissen, vielleicht habt ihr ja auch in Spanien noch andere Dinge erlebt, lasst uns daran teilhaben, schickt uns am liebsten eingesprochene Kommentare per Audio, per E-Mail oder schickt uns eine DM auf Twitter, wo auch immer, dann können wir euch sagen, wo ihr das Zeug ablegen könnt oder uns hinschicken könnt, dass wir dann mal so in, ich vermute mal, frühestens zwei Wochen in eine Saisonrückblicks Folge starten können. Mega. Sowas in der Richtung. Ich glaube, dafür verabschiede ich mich jetzt auch mal, Corona-bedingt, werde ich jetzt mal wieder den Weg auf meine heimische Couch heimsuchen. Das hat mich auf jeden Fall gefreut, ihr Lieben. Patricia, hoffentlich sehen wir uns ganz bald wieder, wenn ich dann auch wieder fit bin. Genau, das müssen wir auf jeden Fall tun. Werd erst mal wieder fit, aber ich mach mir da keine Sorgen, jetzt so als Europapokalsieger geht das, glaube ich, geht das sogar besser. Ja, da geht vieles einfacher. Ich würde sagen, wir machen den Sack hier zu, schenken den Marven auf die Couch, da sei wer da fit ist und wie gesagt, ihr schickt euch, schickt uns eure Meinungen zur Saison und dann werden wir uns demnächst auf eine größer angelegte Saison-Rückblicks-Folge einstellen, dann auch hoffentlich mit den anderen Kaspern zusammen und Kasperinnen und dann Und dann geht es wirklich um die Champions League, dann geht es um die U19, die plötzlich auch Champions League spielt, da geht es darum, gegen wen können wir antreten, dann der Europa-Supercup, dann geht es auch darum, wir haben bald eine U23, eine zweite Mannschaft, das passiert so viel, liebe Leute, das ist Eintracht Frankfurt. Ja, wir müssen gefühlt irgendwie die nächsten zwei Wochen einfach 24-7 hier über die Eintracht treten, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Bis dahin sehen wir jetzt zu, dass wir alle wieder fit sind, wir wünschen euch eine schöne Restwoche, schaut am Wochenende das Champions League-Finale, dann können wir schon mal den Gegner im ersten Pflichtspiel der Eintracht in der neuen Saison ein bisschen scouten, wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche und bis dahin, macht's gut! Hey! 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 Es geht an der Frankfurt! Hey! Es geht an der Frankfurt! Hey! 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 Es geht an der Frankfurt! Hey! Hey! Es geht an der Frankfurt! Outro Outro